Sie haben einen Garten, eine Terrasse, aber so ganz zufrieden sind Sie damit nicht? Wir sind eine seit über zehn Jahren erfolgreiche Firma im Garten- und Landschaftsbau in der Region Hannover Zelle. Mit einem jungen Team, frischen Ideen und moderner Technik erschaffen wir Ihre grüne Oase. Ob Gartenpflege, Teichbau oder die Gestaltung von Terrassen und Wegen, wir sind Ihre Experten. Eines unserer Spezialgebiete ist die Anfertigung von Gutachten und Bewertungen bei Schäden durch unsachgemäßes Arbeiten. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin.